Alter tippies man, tippies ist geil Oh shit Ich bin da wie Vieh alter, richtig geil Alter ich bin CRE010 Hahahaha Hahahaha Komme 3, 2, 1, Hallöchen Youtube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Badwars Heute haben wir einen Gast dabei und zwar den Chinsti Hallo Hallöchen Ja Vielleicht kennt ihn Der ein oder der andere Falls nicht, könnt ihn natürlich sofort abchecken Link zu ihm ist unten in der Beschreibung Und die 1 wetten direkt rüber zu uns alter Ja hallo, wir haben die geilsten Namen man Da muss man einfach zu wetten Also bei solchen Gegnern ALA CRE0102 Und Davy4 Würde ich auch ihn zu wetten alter Hast du das? Ne das war nicht Jetzt hab ichs Ach du du, okay gut Ja ich bin jetzt eh tot alter der eine hat mich voll gegeben Der hat den Der hat dir richtig verpasst Den guten alten Davy Unge Davy4 ist schon geiler Nickname Hast du dir eigentlich ein Nickname gesichert oder machst du Hast du auch immer Zufall? Ich hab auch immer Zufall Wobei ich manchmal schon echt überlegt hab ob ich mir manche so save Weil manche sind schon echt geil alter Pong hat einen richtig geilen Weil der heißt ja Pong und sein Nickname ist Pongolongo Ja nicht im Ernst oder? Eigentlich nice Hat der den sich gesaved gell? Jaja Okay das ist nice Pongolongo ist eigentlich schon geil dann Nur ist blöd bei mir im gleichen halt jemand kennen die Leute halt ne Ja okay ist aber Ist ja auch hier der eine nickt sich ja immer mit Snoxuni Ja stimmt Wer ist das nochmal? Weiß nicht Wie rate ihr nochmal kurzzeitig? Blau hat schon Gold ne? Ne Pink Pink ja Ich geh mal save Ne Pink ist raus Warte mal Türkis hat's Türkis hat's Gold Ich geh mal gold save Mach das Oh man Oh Kriegen wir's bet? Kriegen wir's bet? Kriegen wir's bet? Kriegen wir's Hast du's? Ich guck's ihn halt gar nicht man der geht und stür dich zum Eisen Gönst dich erstmal der Typ Der hat den Kreh nicht gesehen man Oh Buh Was was was? Digga du machst ja grad sogar mit Video Beweis Kreh Kreh Alter das bist du ey Ich dachte schon wer ist jetzt hier Hä ich dachte schon du wärst jetzt hier Hey ja nein ich hab nur Schiften gehört und dann habe ich mich ganz erschrocken umgedreht, aber dann war es zum Glück nur du. Da sind die Gamer-Reflexe, weißt du. Ja, im DX Racer geht das schon ziemlich ab. Macht einen echt schon um 20% besser. Der Gaming-Stuhl macht alles aus, Jungs. Ist halt wirklich so. Der Link zum Gaming-Stuhl ist halt... Nein, Spaß. Ich glaube, ich habe den immer noch als Favorit abgespeichert. Was, was, was? Mein Gaming-Spul. Echt? Ja, auf Google. Junge. Ja, ich wollte mir den halt... Ich wollte mir damals den halt kaufen. Und dann habe ich mir den halt das Favorit gesetzt so ein Jahr lang gefühlt. Und ich habe den einfach immer noch... Ja, ja. Ich habe auch nicht ein Jahr lang als Favorit und dann nicht kaufen. Also wirklich... Ich habe ihn auch gekauft. Achso, jetzt hast du ihn mal. Ja, ja. Seit wann? Ähm... Ja, jetzt glaube ich fast einen Monat. Aber das ist echt... Ja, mal auch circa einen Monat. Aber das ist richtig nice. Welchen hast du? Ich meine, hast du diesen... Ähm... Rot-Schwarzen? Ja, ja. Ich habe diesen rot-schwarzen. Alter, der ist geil, oder? Ja, ich habe nur dieses... Für den Rücken da weggemacht. Ja, habe ich auch. Ey, das... Auch im Nacken? Ja, das Nacken ist ja damit verbunden, oder? Nacken habe ich drin. Ne, ne, das ist nicht verbunden. Und das für den Nacken habe ich dran. Aber das für den Rücken habe ich weggemacht. Das hat die Wille abgefuckt. Das hat mich auch abgefuckt. Ey, hast du schon mal den ganzen Nachrichten gemacht? Ja, ja. Digga, ich habe da... Ich bin da wie hoch ein und das gemacht. Ich dachte mir so, ey, Digga, ey. Nimm dir eine Decke und du penst hier drin eine Nacht. Kann man halt echt alternativ als Bett benutzen? Ey, seid wirklich so... Wenn du so ein richtiger Harzi-Gamer wirst. Einfach Gaming-Stuhl kaufen. Und zack, hast dein Equipment fürs Pen gleich mitgekauft. Leute, hier ist hier einer. Der hat Ten enjoyed, Alter. Also ich habe das grüne Bett, bruh. Dann haben wir ja gar kein Bett mehr übrig. Oh, da hinten läuft einer. Den sind longshottig. Korrekt! Mein Kill! Äh, was? Äh, ja, gut. Ja, ne, ich gehe jetzt nicht drauf. Ich hole mir erst mal Equipment, ne? Wo bist du? Ich bin bei, ähm, Grün. Okay, ich komme. Ey, pass auf, aber einer lebt noch, ne, von den Grünen. Der ist auf der Nachbarsinsel. Jaja, kein Thema. Ich habe eine Rettungsplattform für den Fall aller Fälle. Ah, Jeans. Oh, da kommen zwei Orangen in die Mitte. Ei, 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 ey, die haben... Ne, die haben... Einen habe ich. Nice. OP. Fertig. Ich gehe mal auf den einen drauf. Das war die falsche Richtung, mein Freund. Das wird ja auch noch so ein Lack hat, Alter. Boah, jo, diese Leute, Alter. Die dann immer auf die Inseln... Genau auf die Inseln fliegen, Alter. Die regen mich am meisten auf. Oh, der wollte mich noch mit dem Stick... Oh mein Gott! Haben wir ja noch gewonnen. Nice. Alter, Kuck! Ja. Ich weiß nicht. Wie lange ging jetzt die Aufnahmen geschätzt? Warte. Ach, die Zeit steht... Die Zeit steht da nicht mehr. Ich hasse das. Hm, ja, okay. Ich will jetzt mal so... Sieben Minuten... Sechs Minuten oder so. Ja, okay. Reicht das? Ja. Reicht. Okay, habe ich auch gehört. Das war gar keine Absicht. Ist egal. Okay, schaut beim... Stehen Sie vorbei? Links, 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 unten in der Beschreibung. Hast du noch was zu sagen? Ich liebe euch. Er liebt euch. Oh, wie sweet. Ja, äh... Save Bibi oder wie dieser Hashtag da war. Bis zum nächsten Mal und schön mit euch. Ciao.